Ahoi Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal zu Attack on Titan und jetzt wird's krass Leute, sogar zum Attack on Titan Manga. Wer hätte das gedacht? Ja, ich weiß, einige von euch haben mich in den letzten, ja, ein, eineinhalb Wochen immer wieder angeschrieben, sowohl auf Social Media als auch unter anderen YouTube-Videos und haben gesagt, Kev, Junge, da ist was Großes passiert, warum machst du dazu kein Video? Ja, ich bin ganz ehrlich zu euch, der Grund dafür ist ganz einfach, mir war das Ganze noch so ein bisschen zu schwammig, ich wollte euch nicht zu sehr hypen für etwas, was vielleicht am Ende nichts wirklich Relevantes wird, aber meiner Meinung nach haben wir jetzt so viel Handfestes von Hajime Isayama bekommen, dass ich sagen kann, okay, komm, das ist ein Video wert, da müssen wir auf jeden Fall reingehen. Die Rede ist nämlich hier davon, dass wir jetzt einen 35. Band von Attack on Titan bekommen werden. Ja, einige von euch denken sich jetzt so, what, 34, war doch beendet, Attack on Titan, Chillt erstmal, lasst mich erstmal ausreden, hört mir erstmal zu, danach könnt ihr eure Meinung unten in die Kommentare zu dem ganzen Thema schreiben. Der 35. Band, wie gesagt, der wird offiziell wirklich Volume 35 genannt, also ich habe mir das nicht irgendwie ausgedacht, sondern das ist von offizieller Seite so betitelt worden, mit dem Titel Attack on Titan Fly, ja, wie Fliegen auf Englisch halt, ne, das Ding wird nächstes Jahr im April released werden, in Japan wohlgemerkt, nicht bei uns, ne, in Japan, aber ihr kennt das Ganze, das wird also nicht allzu lange dauern, bis wir das entweder Fan übersetzt bekommen, oder bis das Ganze generell bei uns irgendwann publiziert wird. Nun ist es aber so, ja, dass es sich bei Attack on Titan Fly nicht irgendwie um einen neuen kompletten Manga-Band mit, ja, vier Kapiteln, bei Attack on Titan war es immer so, dass wir vier Kapitel pro Manga-Band haben, das wird jetzt hier bei Band 35 nicht so sein, dass wir da vier neue Manga-Kapitel irgendwie drin haben, hätte ich hart gefeiert, aber ist nicht der Fall, muss ich direkt ganz klar sagen, trotzdem bekommen wir neuen Manga-Content. Ja, Leute, wir bekommen neuen Content, ich finde das ziemlich geil, vor allem mit der Info, die wir dazu bekommen haben. Bevor ich euch darüber was sage, will ich euch natürlich auch noch kurz sagen, was ist denn der Rest von dem Ganzen, ja, wenn da auch noch andere Sachen drin sind. Ja, es wird so ein, sage ich jetzt mal, es wird so ein Manga-Band werden, in dem sehr viel Illustratives sein wird zu Attack on Titan, also von Hajime Isayama, seine Zeichnung, wie er Attack on Titan gezeichnet hat. Es wird also auch so ein bisschen so ein Band sein, der uns als Fans nochmal so ein bisschen mehr Insight geben wird. Was hat Isayama sich vielleicht bei den einen oder anderen Sachen gedacht, wenn wir bestimmt wieder sehr viel Trivia auch bekommen und das finde ich immer sehr, sehr nice. Ich finde aber natürlich auch sehr, sehr nice und deswegen sind die meisten von euch wahrscheinlich auch hier jetzt in diesem Video. Ich finde es nice, wenn wir neuen Manga-Content bekommen und ja Leute, wir bekommen hier Manga-Content zu Attack on Titan, wie es aussieht und zwar nicht irgendwie Sequel-mäßig, also irgendwie, dass wir etwas bekommen nach dem Ende von Band 34, nach dem Ende des letzten Kapitels, sondern wir gehen zurück in die Vergangenheit und das war ja meine große Hoffnung und ich glaube, Isayama hat uns in der Vergangenheit auch schon angeteast, in welche Richtung es geht. Hier wird offiziell davon gesprochen, dass wir, ich zitiere, eine Geschichte bekommen werden, die über die Kindheit eines gewissen Charakters handeln wird. Und dieses Kapitel wird ungefähr 18 Seiten haben. Das ist ungefähr die Länge, die beispielsweise ein One-Piece-Kapitel hat. Vielleicht sogar, ja eigentlich sogar eher noch ein bisschen länger als so ein One-Piece-Kapitel, aber daher halt nicht die normale Länge von einem Attack on Titan-Kapitel. Ein Attack on Titan-Kapitel hat immer so 40 bis 45 Seiten gehabt und dieses Kapitel wird jetzt hier nur ungefähr 18 Seiten bekommen und das Kapitel wird den Titel Bad Boy haben. Ja Leute, ich habe mir erst mal gedacht, weil wir haben nicht ganz viele Informationen gehabt, habe ich mir gedacht, Bad Boy macht Isayama jetzt so ein Slice-of-Life-Ding. Aber nachdem offiziell gesagt wurde, dass es sich hier um die Vorgeschichte eines gewissen Charakters handelt, das heißt den Charakter müssen wir ja auch schon kennen, bin ich mir, ich will nicht sagen ziemlich sicher, aber ich rieche, in welche Richtung das geht. Denn um euch da mal ein bisschen zurückzurufen, Hajime Isayama hat in einem Interview in der Vergangenheit im vergangenen Jahr schon gesagt gehabt, dass er auf jeden Fall nochmal etwas zu Levi Ackermanns Vergangenheit zeichnen will. Was genau das ist, hat er nicht konkretisiert. Er hat gesagt, er hat da noch Ideen, er möchte auf jeden Fall nochmal den Zeichenstift in die Hand nehmen und da auf jeden Fall nochmal was machen. Und nachdem wir jetzt hier gehört haben, dass es sich um die Vorgeschichte, um die Kindheit eines gewissen Charakters handelt, kann es für mich eigentlich nur Levi Ackermann sein. Ich finde, dass man das nicht unbedingt gebraucht hätte, also ich nicht unbedingt gebraucht hätte, wenn es denn jetzt Levi wird. Ich finde es aber auch nicht schlimm, weil wir haben die Background-Story von Levi nur sehr, sehr abgehackt bekommen, mit Kenny und alles drum und dran. Wir haben gar nicht wirklich gesehen, was hat er da so wirklich alles abgezogen in seiner Kindheit, in seiner Jugend. Wir kennen halt natürlich das Spin-Off No Regrets mit seinen Freunden, mit Fahlern und Co. Aber wir haben halt nicht wirklich gesehen, wie ist Levi groß geworden, außer dass er da ein bisschen am Verhungern war, als seine Mutter gestorben ist und dann später so ein kleiner Gangster war. Aber so wirklich eine Story dazu haben wir nicht bekommen. Und ich glaube, das wird Isayama jetzt machen und er muss sich ja irgendwas dabei gedacht haben, wenn er schon damals in seinem Interview gesagt hat, er hat da noch etwas, was er abhandeln möchte und wenn er das jetzt rüberbringt, ist das ja eine ziemlich, ziemlich gute Sache. Ja, Leute, ich weiß, ja, Prequel-Ding, großer Titanenkrieg wäre mir auch lieber gewesen. Ich freue mich aber auf jeden Fall erstmal, dass Isayama zu Attack on Titan in Form einer Vorgeschichte schon mal den Stift in die Hand nimmt. Und das heißt, seine Hemmungen, die er lange, ja, irgendwie angeteast hatte, die sind gar nicht so effektiv. Denn er hat ja mal gesagt gehabt, ja, wenn er Attack on Titan fertig hat, er glaubt nicht, dass er da nochmal einen neuen Manga zeichnen will. Er ist erstmal froh, wenn er nicht mehr zeichnen muss. Er will sein Onsen aufmachen. Und ja, jetzt sind wir zwei Jahre nach dem Ende von Attack on Titan. Und was soll ich euch sagen? Jetzt geht es doch in Richtung, dass wir wieder neuen Manga-Content bekommen. Und ich persönlich finde das sehr, sehr geil. Ich habe natürlich auch so ein bisschen gebrainstormt. Muss es unbedingt Levi sein? Kann es noch wer anderes sein? Ich habe natürlich Kenny auch im Hinterkopf gehabt. Aber weiß ich nicht, ob man zu Kenny da irgendwie interessante Sachen aus der Kindheit hat. Andere Charaktere aus Attack on Titan sind da jetzt nicht so im Vordergrund stehend. Ja, Rainer etc., da haben wir halt die ganzen Sachen in dem Liberio-Ghetto. Da kannst du halt auch nicht so mega viel machen. Bei Sieg haben wir schon super viel gesehen. Da brauchst du auch nichts Neues mehr machen eigentlich. Aber ihr könnt mir mal schreiben, was denkt ihr denn? Habt ihr da irgendwie eine Idee, wo ihr sagt, komm, das könnte doch eher dieser oder jener Charakter sein? Vielleicht habt ihr da konkretere Ideen. Aber ich glaube halt, dass das alles sehr in Richtung eines spezifischen Levi-Chapters geht. Vor allem, wenn dieses Chapter auch noch Bad Boy heißt. Und Levi ist ein fucking Bad Boy. Ich denke, es wird sehr in die Richtung gehen, dass wir hier einen Sonder-Chapter zu Levi bekommen werden. Wie seht ihr das Ganze? Wie steht ihr dem Ganzen gegenüber? Seid ihr skeptisch und sagt, wozu bringt er das jetzt noch raus? Klar, wahrscheinlich wird hier mit einspielen, dass nochmal ein bisschen Kohle verdient werden soll. Kodansha ist ja auch nicht blöd. Keine Frage. Nichtsdestotrotz freut mich das Ganze, dass wir da was Neues bekommen. Und, das ist ganz wichtig, ich glaube, da spreche ich auch vielen von euch aus der Seele, dass das Ding kein Sequel ist, keine Fortsetzung ist, wo auf einmal wieder, ich sage jetzt mal, alles von vorne losgeht, so nach dem Motto, sondern, dass das hier wirklich eine Vorgeschichte ist. Das finde ich, ist ein wichtiger Fakt. Schreibt mir eure Meinung dazu. Unbedingt mal in die Kommentarsektion. Lasst uns da mal ein bisschen drüber debattieren. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Sobald das Kapitel da ist, sei auch noch gesagt, bevor die Frage in den Kommentaren kommt, natürlich mache ich eine Kapitel-Review, sobald das Kapitel da ist. Das wird leider erst im April der Fall sein. Aber hey Leute, im April kriegen wir ein neues Attack on Titan-Chapter. Muss man ja letzten Endes auch mal so sehen. Also Freunde, ich wünsche euch an dieser Stelle jetzt erstmal schon mal einen wunderschönen Mittag, Tag oder wann auch immer ihr das Video geguckt habt. Mich würde es freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Gerne kostenlos abonnieren für mehr Attack on Titan-Content. Und ja, ich wünsche euch jetzt immer noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Und bis dann.